In Dorado Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Ich habe gesagt Zufallshelden und ich werde in eins gegen eins reingehauen? Fick die Wand alter Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Den Neuer. Sieger. Punktestand. Eins zu Null. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Ich hasse eins gegen eins. Warum tue ich mir das an? Was denn dann? Fuck verdruckt. Eins gegen eins. Shit. Das könnte gut werden. Okay. Punktestand. Zwei zu Null. Wie einfach. Wählen Sie Ihren Helden. Okay. Okay. Jetzt bin ich Rohloch. Ich muss noch die Wornschatten. Aber. Ich kann ihn extrem für Schaden machen. Ein Eimer Apokalypse. Und das übersehen. Oh mein Gott war das! Oh mein Gott war das! Sieger, Punktestand 3 zu 0. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Sieger, Punktestand 3 zu 0. Sieger, Punktestand 4 zu 0. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Blothock ist die beste Wahl. Okay, gegen Zenyatta. Ja. Alles klar. Ich gehe wieder hier rum. Das läuft gut. Also eigentlich schon zu gut. Ich bin total verwirrt. Ich muss nur aufpassen. Eine auflädt. Ich bin schon wieder aus den Augen verloren. Was? Ich bin irgendwo am Platz. Genau das meine ich. Okay, sorry man. 5-0 Sieg. Und ich bin eigentlich scheiße in 1 gegen 1. Halt. Oh ja. Adios